Jetzt, was hast du denn da schon wieder? Einen E-Scooter! Was ist denn das? Jetzt zeig mal her, was macht man da? Einfach fahren oder wie? Ja, da musst du draufdrücken. Au! So, was muss ich da jetzt machen? Drücken! Brems! Wie damals zur Schule ging, da hatte ich einen langen Weg. Zwei Stunden bin ich gelaufen, wenn nicht sogar drei. Und wie bremst ich da jetzt? Mama, nicht aufs Gas drücken! Mein Gott, ey! Nee, mach du lieber da weiter, das ist nix für mich, sonst lande ich noch im Krankenhaus.